Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier noch mit Walter Wagner am dritten Tag heute am drehen. Wir haben heute was besonderes. Wir haben das Fahrzeug mal auf die Bühne genommen, um zu schauen was Sache ist. Ja, dann gucken wir uns noch mal ein bisschen von unten an. Vor allem ob er dicht ist. Speziell jetzt auch nach der Anwendung von Keramik und auch der anderen Produkte. Vielleicht gehen wir mal kurz durch. Gehen ein bisschen runter, schauen uns das Auto mal gemeinsam an. Wir haben schon ein bisschen vorgeschaut. Es ist alles sauber, es ist alles trocken. Ich habe nichts feststellen können, dass jetzt irgendwo eine Leckage hat, weder schwitzen. Ja, es ist nichts zu sehen. Definitiv alles perfekt. Was ich jetzt gesehen haben hinten, natürlich haben wir hier ein typisches Rostproblem an der Achseaufhängung hier am Differenzial hier an den kompletten, an der Achseaufhängung, muss unbedingt was gemacht werden. Entrosten und es muss auch dann ein größeren Schutz gemacht werden. Ja, definitiv. Das ist absolut wichtig, um das Fahrzeug zu erhalten. Um das Fahrzeug zu erhalten. Ich will ihn noch ein bisschen behalten, also muss ich da auf jeden Fall auch mal ran. So, was ich auch gesehen habe hier am Differenzial. Perfekt, es ist trocken. Ich nehme an, dass du hier noch nicht dran warst. Das ist noch geplant, also da wollte ich auf jeden Fall noch ran und dann mal Getriebeölwechsel machen. Quatsch, Differenzialölgewechsel wollte ich noch machen und das Ganze auch in Verbindung mit Mikrokeramik. Was ich aber gar nicht weiß, ist, wie mache ich das am besten? Also welche Schritte gehe ich da und im Endeffekt, warum ist das so wichtig, das zu machen? Ja gut, wir haben hier letztendlich hier kleine Ölmengen. Und wir haben eine sehr hohe Leistungsübertragung, Kraftübertragung hier. Wir haben auch mit Temperaturen hier zu tun. Also wenn es mal richtig zur Sache geht, wird das auch mal richtig heiß. Ja. Was für Temperaturen kann man da erwarten? Ja gut, ich sage mal, heiß kann schon mal sein, dass wir hier Spitzentemperaturen bekommen von, sagen wir mal 80, 90 Grad. Das kann schon mal passieren, wenn es richtig zur Sache geht. Und dann wird das Öl auch dünnflüssig. Mal eingesetzt hier sind voll synthetische Öle. Und meistens ist es so, dass es vergessen wird. So wie, machen wir Motor, machen wir Getriebe und das Differenzial, geht schon. Ja. Und wichtig ist auch hier, dass eben der Ölwechsel gemacht wird, weil dann auch hier auch die kleine Ölmenge, eben wird die Metallspäne immer wieder umspült werden und letztendlich auch dann mal die Dichtungen leiten, dass es undicht wird. Das heißt, wichtig ist eben hier, dass das Öl immer rauskommt, frisches Öl drauf und dann den Keramikzusatz drauf. Was man auch mal machen kann, dass man den Motorcleaner dort einsetzt und das spült, dass man eine kleine Menge ablässt. Ja. Motorreiniger rein und nochmal fährt. Wie viel Kilometer ungefähr? Ja, da reichen, ich sage mal, da reichen zehn Kilometer. Ja, okay, okay, tatsächlich. Oder fünf, dass es auch mal gut durchgespült wird. Es soll halt warm sein. Ja. In dem Fall, so dass hier praktisch eine perfekte Reinigung kommt. Ja. Also praktisch jetzt im heißen Zustand rein, etwas ablassen, Reiniger drauf, Fahrzeug wieder runter, auf die Straße, fünf Minuten und wieder hoch. Wieder hoch und dann ablassen, okay. Genau. Macht es auch Sinn, wenn man da Schwierigkeiten hat, Ölstopp zu verwenden, wenn jetzt hier zum Beispiel eine kleine Leckage wäre oder sowas? Ja gut, der Ölstopp ist gerade hier prädestiniert für solche Fälle. Ja, tatsächlich. Klar. Also im Prinzip, wenn man Ölwechsel macht, ein bisschen Ölstopp dazugeben wäre sogar von Vorteil. Ja, kann man das machen. Ja, okay. Ist zu empfehlen. Ja. Ja, ansonsten habe ich jetzt so nichts gesehen. Ja, da können wir mit Ölstopp drauf. Ja. Ja. Das ist natürlich billig gemacht. Schauen Sie her. Schau doch mal. Das ist Russen. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Das ist bei BMW. Ich habe das auch schon mal. Hier, hier kommt, drängt Wasser ein. Ja, das ist billiger Ding. Das ist richtige Scheiße hier. Ich hole mal eine andere Sobeläckungsspray. Ja, komm. In diesem Zusammenhang haben wir gerade noch eine Sache vergessen und die ist uns noch aufgefallen, als wir unter dem Auto standen. Und zwar haben wir hier ein ein, zwei Elektronikstecker, sag ich mal, die hier oben stehen. So, Wagner meinte hier gerade, das ist hier die Russentechnik. Nein, die Russen-Elektrik. Also wenn man das anschaut hier. Genau. Das ist schon. Das blende ich gleich mal ein. Und da haben wir auf jeden Fall noch Möglichkeiten, da was zu machen. Also da gibt es... Was ich jetzt empfehle, gerade bei solchen Stellen, die jetzt offen liegen, haben wir im Flug den Wegel. Das nennt sich Aquastropelektrik. Ja. Ja. Das ist jetzt ein wasserabweisendes Kontaktspray. Ja. Und verhindert letztendlich Korrosion an elektrischen Kontakten. Okay. Besonders die jetzt eben massiv und die Atmosphäre ausgesetzt sind. Ja, ja. Der ist gerade hier unten am Unterboden. Das heißt man kann hier direkt raus sitzen. Ja. Kannst du mal mit der Kamera herum? Oder ich kannst das mal... Ja. 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 Man kann natürlich auch den Stecker ziehen. Ja. Ja. Und ich filme einfach jetzt so weiter. Also man ist halt, man kann den Stecker auch theoretisch ziehen. Aber man muss den Stecker ziehen und dann praktisch in die Kontakte spielen dann zusammenstecken. Das wäre letztendlich der Das ist der ideale Fall. Aber man kann es auch einfach eingebaut lassen und einfach drauf machen. Ja, da haben wir eben noch gesehen, die Bremskontakte können wir auch noch mal rein. Ja, hier auch wieder kritischer Fall. Hier zum Beispiel, dass man hier was rein spielt, wie es sauber ist. Gut, man kann natürlich auch das Spray benutzen, um zu reinigen. Zum Beispiel, dass man einsprüht und das erstmal mit dem Kompressor dann ausbläst und dann nochmal einsprüht. Okay, ja. Dann können wir die andere Seite noch machen und dann haben wir, glaube ich, die drei Außenkontakte auch direkt abgeschlossen. Ich muss noch mal auf die Seite gucken. Ja, dann glaube ich, die rechte Seite auch gleich noch. Das heißt, das Spray reinigt zur gleichen Zeit und sichert die Kontakte dann. Dann bin ich da auch endlich safe. Ja, perfekt. Was passiert denn genau, wenn man das jetzt eingesprüht hat? Ja gut, das Mittel ist letztendlich eher ein Fett, was mit dem Spezialbenzin gelöst wird. Und durch dieses Spezialbenzin habe ich eine sehr perfekte Penetration in alle Stellen. Das heißt, eine enorme Gerichtfähigkeit und eine Wasserweisung. Ja. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel jetzt eine korrodierte Stelle schon habe, kann ich die wieder gang machen. Ja, okay. Das heißt, ich kann sie wieder in Kontakt herstellen und somit die Funktion wieder aufnehmen. Ja, okay. Ja, mega. Oder auch zum Beispiel, wir haben Fälle gehabt im Relais. Ja. Einfach ein ganz normales, einfaches Relais. Ja. Auf die Kontakte sprühen und das kriegt an den Kontakten vorbei ins Innenleben und verhindert somit die Korrosion. Oder wenn zum Beispiel jetzt ein Relais hängt. Ja. Dann kann man das wieder gangbar machen. Im eingebauten Zustand. Im eingebauten Zustand. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ja, richtig gern. Und das Ganze macht es dann wieder. Oh geil, das ist echt gut. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir das auch noch kurz gemacht haben. Ja. Und ja, das war ein kleiner Einschub. Und weiter geht's. Okay. Ja. Ich habe gesehen, du hast Gewindefarbe drin. Ja, das kam gerade ganz neu. Ich habe ihn noch mal ein bisschen an den Gewinden noch mal ein bisschen weicher gestellt. Ja, das ist für die Rückfahrt nicht so, wenn ich auf der Autobahn herumfliege. Wenn das nicht jeder Kanal der geht. Ja, ja, ja. Aber es passt schon ordentlich was aus. Ich habe mal drei Klicks einmal geöffnet, war schon ein ganz anderes Fahrwerk. Ja. Schon geiles Fahrwerk. Ja. Ansonsten, ja, da ist ja alles am Start und gefällt mir auch ganz gut. Also dafür, dass das ein Auto aus 2005 ist, außer die Rostprobleme, das Auto kommt aus der Heide. Also in der Nähe von der Ostsee, da ist auch sehr viel Salzluft gewesen. Das heißt, man hat hier und da immer an den Ecken ein bisschen Korrosion einfach. Ja, ja. An dem zu kann man auch mal die Schwellern nachdenken, dass man hier Korrosionsschutz macht. Ja. Und mal in die A und die B Säule hochgeht, dass man hier was macht. Ja. Somit perfekt, Marc. Wunderbar. Das ist schön. Das heißt, wenn wir auf der A und B Säule unterwegs sind, habt ihr da was, was ihr anbietet tatsächlich? Ja, es gibt also im Korrosionsschutzbereich, gibt es sehr viele Produkte. Ja. Und die Oldtimer-Markt hat ja in der Vergangenheit auch sehr viele Tests gemacht. Ja. Und Korrosionsschutztests, auch Langzeittests mit Salzwasser. Ja. Hochinteressanter Test. Und das Einzige, was sich hier letztendlich herausgestellt hat, sind A mal Fette, also Korrosionsschutzfette, die man einsetzen kann. Ja. Jedoch ist es so, dass das Einbringen eines Fettes natürlich eine Kunst ist. Und es gibt hier technisch nichts. Ja. Professionelles am Markt. Okay. So, und da habe ich jetzt schon weitergearbeitet. Du weißt ja, ich beschäftige mich mit dem Spezialfettpressensystem. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir ein professionelles, sagen wir mal, Kit zur Verfügung stellen. In Form von einer professionellen Spülpistole. Dort, wo wir auch über einen Schlauch, ungefähr eineinhalb Meter bis knapp zwei Meter, in die Hohlräume rein können. Ja. Und eben dann entsprechend die Mengen Fett applizieren können. Direkt durch. Ja, okay. Also ohne Hicksen. Ja, ja, das kommt noch. Das werden wir noch vorstellen. Das wird jetzt noch mal ein gutes Jahr dauern, dann ist es soweit. Ja, okay. Und dann wird es auch eine komplette Videoserie geben über die Anwendung. Ja. Was mache ich wie. Ja. Okay, super. Und letztendlich werden mich auch dann die Fahrzeuge zerlegen. Deswegen haben wir auch letztendlich hier investiert. Ja. Eben in dieses Gebäude. Und hier auch praktisch hier testen. Testen. Die Einzelprodukte auch für uns auch testen können. Ja, ja. Das ist mir ja gut. Wie gesagt, ich habe mich halt um viele Motor trocken, Getriebe, Schaltgetriebe so. Da war halt mein Fokus drauf, dass die Technik funktioniert. Aber jetzt merke ich natürlich auch, als ich das Auto erst mal jetzt unter, also von unten gesehen hatte ich ja auch scheiße, das ist schon viel raus. Das sieht schon seit Anfang an. Also ich habe jetzt auch jetzt vier Jahre, seit Anfang an sieht das so aus. Aber ich dachte jetzt, ich habe mal einen gefragt, der meinte, ja, das ist durch Roste, das dauert, ne? Hast du ja auch eben zu mir gesagt. Ja. Aber trotzdem jetzt mit der Zeit, ich fahre mein Auto auch im Winter, also man ist von mir… Gut, was wir nochmal machen müssen, werden die ganzen, die Kunststoffabdeckungen. Ja. Praktisch dort, wo es im Metall reibt, dass hier kein Rost kommt. Das müsste man sich mit dem Detail nochmal näher anschauen. Ja. Was wir jetzt hier nicht machen können, dann müsste es jetzt hier auch machen. Ja, tatsächlich. Ich habe noch einen zweiten Satz Schweller zu Hause rumfliegen, also die werden definitiv von mir bald mal runtergenommen, weil ich habe einmal in meiner Garage beim Hochfahren, da ordentlich den Schweller zerkratzt, so und dann habe ich mir jetzt neue besorgt und die werde ich auf jeden Fall mal wechseln, das heißt, die kommen jetzt wahrscheinlich nächsten Frühjahr, so wenn das Wetter gut ist, nehme ich die mal runter, den Unterboden und die Schweller und dann werde ich auch mal sehen, was da an vielen Ergebnissen auch erwartet. Vielleicht kann ich dir auch mal ein, zwei Fotos zuschicken und dann nochmal nochmal ein. Genau. Dann… Das ist mir immer wichtig, dass die Technik gut ist von meinem Auto, da lag immer mein Fokus drauf und jetzt muss man ein bisschen an den Erhalt denken mittlerweile, denke ich auch, gerade 2005er Auto. Und dann denke ich mir heute, gute Heimfahrt bei mir, so wie ein Auto dann. Dann bedanke ich mich für die Zeit auf jeden Fall. Ja Marc, danke fürs Kommen nochmal. Ja, hat echt Spaß gemacht. Wir haben ja in den letzten Tagen echt viel durchgesprochen und viel durchgebracht. Und ich denke, das war vielleicht auch für euch sehr interessant und ihr konntet das ein oder andere lernen und mitnehmen und habt vielleicht ein paar Informationen sammeln können, die ihr noch gar nicht so richtig auf dem Schirm habt. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Fragen habt oder sogar Erfahrungen habt mit, wie habt ihr euren Rostschutz, habt ihr eine Hohlraumversicherung gemacht, in welcher Art, wie sind eure Erfahrungen damit und vielleicht seid ihr auch auf die Produkte von Wagner gespannt, die dann in Zukunft werden. Und würde ich mal sagen, an dieser Stelle verabschieden wir beide uns voneinander und von den Zuschauern. Ja. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Hat echt Spaß gemacht. Und dir, Marc, gute Helmfahrt. Mach's gut. Danke schön. Dann haben wir es soweit. Also, tschau. 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 Tschau.